So, jetzt zeigen wir euch mal, wie man einen wunderschönen Papierflieger basteln kann. Wir falten erst die Seiten übereinander. Schön. Dann wieder aufknappen. Dann ein. Die erste Ecke. Die erste Ecke. Schön. Lass es mal kurz, dass ich andere Pläne rauskomme. Das müsst ihr auch ganz vorsichtig machen. Dann schon wieder so. Wollt ihr auch noch was? Ja, jetzt mal da. Dann ist das ein Papierflieger. Lass mal fliegen. Dann fliegen. Dann fliegen. Dann fliegen. Yo. Vielen Dank.